Wie kommst du am besten auf geeignete Keywords? Ja, damit hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge vom Master of Search Podcast und ich möchte dir heute mal ein paar Tipps geben, schnell in ein paar Minuten nur, wie du an gute Keywords kommen kannst. Ja, und da wäre das Erste, dass du natürlich in Google Ads den sogenannten Keyword-Planer verwendest. Wenn du oben rechts auf Tools gehst, dann findest du im Menü den Keyword-Planer und da kannst du für jedes Land, für jedes Bundesland, für jede Stadt, für jede Region, kannst du nach bestimmten Begriffen suchen und wenn du dort erstmal Begriffe eingibst, die sich rund um dein Angebot drehen, dann liefert dir Google auch Keyword-Ideen dazu. Ja, und dann guckst du diese Ideen durch und schaust einfach, welche sind da noch dabei, die für dich irrelevant sind, welche sind nicht relevant, die könntest du auch direkt als Ausschluss mit dazu nehmen. Ja, aber hier in der Folge geht es ja hauptsächlich darum, dass du Keyword-Ideen bekommst und die bekommst du auf jeden Fall über den Keyword-Planer. Das Nächste ist, du gehst einfach auf die Google-Suche. Geh mal auf google.de, kannst du natürlich auch mit jeder anderen Länder-Domain machen und gib dort deine Begriffe, die du bisher an deinem Kopf hast, also rund um deine Produkte, um deine Dienstleistung, gibst du dort einfach bei Google ein. Und dann schaust du mal, was Google dir als Vervollständigung direkt vorschlägt. Also wenn du anfängst, zum Beispiel Handy einzugeben, dann kommen da gleich direkt darunter Vorschläge wie Handy mit Vertrag, bestes Handy und so weiter. Und da kannst du auch einfach mal dir eine halbe Stunde Zeit nehmen, alle möglichen Keywords eingeben, immer wieder anfangen zu tippen, immer wieder erweitern und siehst dort in diesen Vorschlägen entsprechend auch weitere häufig gesuchte Suchbegriffe. Nächster Tool-Tipp ist Google Trends. Bei Google Trends gebe ich dir gleich noch einen weiteren Tipp, wie du das auch super erweitern kannst. Google Trends ist ein Tool von Google, womit du, wie der Name sagt, Trends erkennen kannst. Du kannst also über die gesamte Welt auch wieder auf Länderebene, Bundeslandebene etc. für suchen bis 2005 zurück, also jetzt bei 20 Jahre, die Trends erkennen. Ja, also gib da zum Beispiel mal Winterreifen und Sommerreifen ein für Deutschland oder, was auch sehr lustige Kurvenverläufe sind, du gibst dort ein Abnehmen und du gibst dort ein Plätzchen, also die Weihnachtsplätzchen. Dann siehst du zwei Kurven, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Also wenn die Plätzchen im Dezember ganz, ganz weit oben sind, also richtig viele Suchanfragen auf Google haben, ja, dann ist das Suchvolumen nach Abnehmen extrem gering. Das steigt aber Ende Dezember massiv an und hat im Januar seinen absoluten Höhepunkt. Also das ist eine sehr, sehr anschauliche Vergleichsart, die du dort verwenden kannst. So, jetzt habe ich dir gerade schon gesagt, ich habe noch einen Tipp für dich und zwar gibt es für Google Trends noch ein Plugin, was du im Google Chrome Browser auch einfach aktivieren kannst und zwar nennt sich das Glimpse. Das schreibt sich G-L-I-M-P-S-E. Und wenn du das aktivierst und das kannst du auch in einer kostenlosen Version verwenden, dann bekommst du noch viel mehr Informationen dazu, was Google Trends dann noch mit anzeigt. Ja, das ist zum Beispiel ein ungefähres Suchvolumen, denn das siehst du im normalen Google Trends nicht. Du siehst nur einen Indexwert von 0 bis 100, aber du siehst eben nicht, ja, ist denn jetzt der Indexwert von 100, sind das jetzt 5 Millionen Suchanfragen oder sind das 5.000 Suchanfragen. Ja, und Glimpse fügt dir das hinzu und noch viele weitere coole Features. Also guck dir das sehr, sehr gerne einfach mal an. Kannst du einfach googeln und dann mit ein paar Mausklicks aktivieren. Ja, das waren jetzt quasi alles kostenlose Möglichkeiten, an Keywords zu kommen. Das nächste ist, und das habe ich in einer Kampagnen-Einstellungsfolge schon kurz erzählt, sind die sogenannten dynamischen Suchanzeigen. Wenn du die als Anzeigengruppe aktivierst, dann durchsucht Google automatisiert deine gesamte Webseite und alle Unterseiten. Und wenn Google der Meinung ist, es gibt dort bestimmte Begriffe und das passiert auch bei sehr spezifischen Webseiten, dass Google einfach Suchbegriffe finden kann, die auf dem Inhalt deiner Webseite basieren. Klar, je besser deine Webseite mit Inhalten bestückt ist, also vor allem mit Texten über deine Produkte und Dienstleistungen, dann fällt das natürlich Google auch sehr viel leichter, automatisiert Begriffe zuordnen zu können. Ja, und dann starte doch einfach mal diese Anzeigengruppe. Lass die ein paar Tage laufen, vielleicht auch eine Woche laufen. Das muss auch kein Riesenbudget sein. Da kannst du durchaus auch mal auf der Kampagnen-Ebene 10 Euro Budget dafür geben pro Tag, also überschaubar. Und dann guckst du im Nachgang einfach mal unter Keywords Suchbegriffe, was Google denn für Suchbegriffe genommen hat, um deine Webseite zu bewerben. Ja, und da kannst du super gucken, ob da Begriffe bei sind, an die du noch nie gedacht hast, die aber vielleicht super passen und vielleicht sogar schon zu Conversions geführt haben. Wenn das der Fall ist, dann nimm doch diese Suchbegriffe auch einfach als Keyword mit auf. Also dann sag doch, hey, das ist ein super Vorschlag, das nehme ich jetzt in einer normalen Suchkampagne als Keyword auf. Ja, und dann zwei Tools, die, ja, man durchaus kostenlos mal testen kann und dann natürlich auch sehr eingeschränkt verfügbar sind. Aber, ja, was wirklich sehr, sehr mächtige Tools sind, wenn du noch tiefer ins Detail gehst, sind Systrix und semrush.com. Ja, Systrix ist das größte deutschsprachige SEO-Tool. Da kannst du wirklich massenhaft an Keywords recherchieren. Du kannst deine Mitbewerber analysieren, auf welchen Keywords sind die super gelistet, vor allem für den Suchmaschinenoptimierungsbereich. Und bei semrush geht das auch für die SEO und auch sehr stark für Google Ads, ja, also für die SEA. Ja, und damit kannst du natürlich auch super noch an Keyword-Ideen kommen, die du vielleicht bisher noch nicht beachtet hast, was aber einfach deine Mitbewerber schon nutzen. Ja, übrigens, wenn du Kunde Master of Search bist, dann hast du die Möglichkeit, dass du eben von uns Auswertungen bekommst und wo wir dir zum Beispiel die gebuchten Keywords deiner Mitbewerber auch zur Verfügung stellen können. Ja, also wir können dir gerne aus diesen Tools Berichte ziehen und dir dann entsprechend auch zur Verfügung stellen. Das ist Teil unserer Dienstleistung. Wenn du das gerne haben möchtest, dann geh auf die masterofsearch.de-Seite und, genau, buch dir ein Erstgespräch und dann schauen wir einfach mal, ob es passt und ob wir dir helfen können bei Google Ads und Analytics. Und dann starten wir und dann kannst du sehr gerne auch das ganze Thema Keyword-Recherche an uns auslagern oder wir geben dir einfach noch viel mehr Experten-Tipps im Detail mit, als du das jetzt in der Podcast-Folge schon bekommen hast. Gut, dann hören wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.